Musik und Migration gehören untrennbar zusammen. Wohl keine andere Kunstform ist so deutlicher Ausdruck von Sehnsucht nach Heimat und Gleichberechtigung für Einwanderer. Und sie prägt auch die althergebrachte Kultur. Paris London Music Migrations heißt eine neue Ausstellung, die sich dem Thema von Musik und Migration widmet. Wir zeigen, wie die Einwanderer neue Musik in die Hauptstädte Paris und London gebracht haben und damit auch neue Lebensstile. Und wir zeigen, wie sie sich die Stadt zu eigen gemacht haben und Paris und London völlig umgekrempelt haben. London und Paris, zwei Hotspots der Musik und der Migration, die bis heute eine wichtige Rolle spielt, gerade in Zeiten eines Europas der Abschottung. Zu sehen ist Paris London Music Migrations bis kommenden Januar im Palais de la Porte Doré in Paris.